Ach, Hilfe! Wo ist denn hier nur vorne und hinten? Ich frage mich schon den ganzen Tag, wie muss ich bei einer Übersetzung eines lateinischen Satzes vorgehen? Hallo Markus! Na, bist du am Ende mit deinem Latein? Ja und nein. Mit diesem Satz hier komme ich einfach nicht ganz zurecht. Ich kann dir gleich ein paar gute Tipps geben, wie du vorgehen kannst. Als erstes werden wir zusammen die wichtigsten Satzglieder für das Grundgerüst des Satzes bestimmen. Subjekt, Prädikat und Objekt. Dabei werden wir uns die Satzstellung genauer anschauen. Danach werden wir alle restlichen Wörter im Satz unter die Lupe nehmen. Erst einmal lesen wir den Satz von vorne bis hinten durch. Paulus Discipulus Sedulus in Scola Linguam Latinam Discit. Markus, ich glaube mit etwas Eifer bekommst du den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. . . . .